Pass auf, ich schaue. Was ist? Schaffst du's oder nicht? Ja, alles klar. Kyle, kannst du schon was sehen? Ja, da ist irgendwas. Es ist... ...groß. Sieht fast so aus wie ein... Ach du Scheiße. Was ist los? Kyle, was ist? Ein riesiges verdammtes Boot. Erwinner, bist du sicher, dass du nicht wieder noch oben bist? Geht schon. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Wie ist der Zustand? Wie sieht's aus? Am Bug ist eine Einschussstelle. Wie groß? Na ja, groß genug, um reinzutauchen. Nein, Kyle! Wir müssen jetzt prüfen, wie stabil das Ding überhaupt liegt. Hast du gehört? Kyle! Mist! Das ist ja geil. Wow! Ziemlich gut erhalten. Komisch. Hier sind überall tote Fische. Da ist was. Ich glaube, das ist... Ich hab das nicht verstanden. U-196. Das ist ein deutlicher... Was hast du gesagt? Dass ein verdammtes Nazi-O-Boot in unserer Bucht liegt. Kyle! Raus da! Sofort! Was? Die Verbindung ist grad total mies. Ich hab gesagt, ihr sollt nach oben kommen. Scheiße, Sif, ich versteh dich nicht. Ellen, hörst du mich? Ja! Ich will, dass ihr auftaucht. Sofort! Ich will Kyle nicht mehr. Wo ist der? Kyle? Moment mal. Kyle! Ja, leck mich doch am Arsch. Was haben wir denn da? Scheiße! Was geht da ab? Was ist da los bei euch? Hier ist plötzlich so ein Starterung! Eine heftige Strömung! Kyle! Komm sofort raus! Scheiße! Ich rutsch ab! Elena, hilf mir! Mich zit runter! Ich kann mich nicht halten! Scheiße! Kyle! Elena! Gib mir deinen Halt! Elena! Was macht die denn da? Elena! Willst du mich? Elena! Willst du mich umbringen? Ich komm schon! Ich komm schon vorbei! Los! Was ist denn so?! Beruhig dich! Debbie! Lass dich! Elena! Was ist los mit dir? Ja, los! Weiter! Hörst du mich? Ja, jetzt! Ich hab dich! Die Strömung lässt mir noch! Mensch, okay. Ich bin okay. Ich versuch ganz ruhig zu atmen, Elena. Ich hab dich zweimal gefragt, wie geht's noch? Zweimal! Ich hab euch gewarnt! Ich weiß nicht, was du für ein Scheißproblem mit dem Trauchen hast. Aber von seinem Rücken hat das nichts verloren. Am Arsch! Haben jetzt alle kapiert, wie knapp es war. Steve! Was soll ich dazu sagen? Du lebst noch. Genauer genommen hast du das Elena zu verdanken. Mein Gott! Jetzt hör doch endlich auf, dich bei ihr einzuschleimen. Kyle, ich warne dich! Halt dich zurück! Phil, lass gut sein. Jetzt pass mal auf, kleiner Christoph. Kyle! Kyle, bitte! Lass es auf! Los jetzt! Beruhigt euch auch! Kyle, hör jetzt auf! Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Steve, ich wär fast draufgegangen! Herrgott, Mama, ich weiß. Und was weiter? Willst du jetzt einen Orden dafür? Den kannst du dir sonst wohinstecken! Das hat er nicht verdient. Los! Geh ihm nach und sag ihm, dass du es nicht so gemeint hast! Ich hab's aber so gemeint! Alles okay? Vergiss es. Und jetzt? Wir müssen die Navy einschalten. Wir müssen die Navy einschalten! Wir müssen die Navy einschalten.